ARD Text im Auftrag von Funk Gib mir ne Waffe, worauf kann ich treten? Hallo, ich weiß es nicht Ähm, ähm, ich hab ein Problem, ich hab ein Problem, ich hab ein Problem Ah, kein Problem, ja So, kaputt ist er Wie, damit geht das Fenster nicht kaputt Ja, geht doch Ich hab nämlich nur 8 Schuss Da komm ich auch nicht rein Okay, dann muss ich ja hier rein Oh, kann doch nicht wahr sein Alter, das kann auch nicht wahr sein Ich muss mal speichern Toll, 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 toll Ich hab keine Munition, gar nichts Ich muss hier jetzt durch Und muss mir irgendwie Munition Zusammenkratzen Scheiße, die Bandart Die Mucke war aber geil, gar nicht Sing smaller Oh, ähm, ähm Hau ab, hua ab Okay Scheiße, der hat auch keine Muni mehr Oh, Munition, ey Munition, ey Oh Jetzt haben wir echt ein Scheißproblem Ich kann doch jetzt nicht so ein Alien weglaschen Safe Was machen wir, was machen wir, was machen wir Ah, keine Munition, ey Oh, ja, hört doch auf, ihr Wichser Nee Das macht keinen Sinn Also muss ich irgendwie versuchen Schnell an den ganzen Scheiß zu kommen, den ich brauche Hüpp Nee, das war nicht richtig Hüpp Hüpp Oh Hüpp Ich muss irgendwie da hochkommen Scheiße Scheiße, scheiße, scheiße 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 Ah, verpiss dich Scheiße Ja Ja Du bist sowieso die coolste Scheiße Ja Hüpp 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 Oh Alter Mit wie viel Energie ich hier lang renne Oh Ja, wird Also jetzt mal ehrlich Jetzt mal wirklich ehrlich Was soll ich denn hier machen Ich fang einfach nochmal neu an Das ist nicht der Fall Ich fang einfach nochmal neu an Das ist nicht der Fall Pff Hüpp Yes. Ha? Ah. Jetzt habe ich doch schon eine bessere Ausgangsposition als vorhin. Okay, hier speichern wir mal. Ist ja ein bisschen besser als eben. Scheisse, da noch. Haha. Du kannst mir nämlich gar nichts. Ah, verpiss dich doch. Du kannst mir halt ein bisschen was nauen. Toll, jetzt habe ich wieder keine Munition. Geh hier wieder rein. Weg hier. Das kann doch nicht wahr sein. Echt wahr. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Das ist ein Albtraum. Okay. Das war also doof, dass ich gestorben bin, aber gut, dass ich es ausprobiert habe. Okay, was geht denn hier ab? Okay, auf jeden Fall bin ich jetzt noch besser ausgerüstet als jemals zuvor. Hallo? Wo kann ich denn, ach, komme ich denn nicht mehr rein? Muss ich überhalten. Oh, komm her. Okay. Komm her. Okay. Du bist ja voll danklösend. So. So. Ich bin ein bisschen geidensfrei. Ach, fuck. Fuck. So. Och, ja. Nochmal F6. So. Chak, chak, chak. Hier rüber. Hier der Jack. Hopp. Habe ich mir runtergefallen. Oh. So viel zu meiner besseren Ausgangssituation. Ich habe wieder nur die Pistole. Äh, machen wir mal F9. Zack. Hier nochmal rein. Chak, chak. Buff. Jetzt holen wir hier ganz schnell die Karte. Scheißen auf das Alien. Ach. Halbweg, soweit es möglich ist. Und gehen hier rein. Der Alien-Tand-Rich kommt ja nicht hinterher. Ich lebe noch. Fragt sich nur, wie lange. Ah. Alles klar. Ihr seid doch alle scheiße hier. Echt jetzt mal. Was geht denn in euren Hörnern? Überall noch voll fett die Gegner. Ah, da hinten ist, äh, Ende. Cool. Cool. Jetzt halt erregung gleich langsam ein bisschen auf. Oh. Oh. Boah, überall. Was sind das für Supermärkte? Alter. Alter. F6, ich komm hier nicht mehr klar. Jetzt langsam, langsam reicht's, oder? Jetzt mal ehrlich, was ist denn hier los? Mann! Ich kotze hab. Alter, ich kotze gleich sowas von hier ab, echt. Oh ja, oh ja, noch mehr. Ja, ich, äh, ich hab immer noch Energie, Leute. Ich hab immer noch Energie. Energie wieder. Oh, Schluckauf hab ich auch. Alter. Ich kann nur treten! Alter. Oh, ein Magazin. Wo ist der Panzer? Und wo find ich jetzt die scheiß gelbe Karte? F6. Das ist doch hier nicht mehr normal. Verdammt, komm. Oh, nicht verkehrt. Wieder rein. Oh, ja, weißt du, wo ist der Schweinten, Babe, dass ich hier lang renne. Na toll. Oh, ich weiß nicht, wie ist der Abteilung. Na toll. Na toll. Okay, 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 okay. Mann. Ich weiß hier trotzdem nicht weiter. Okay, ich muss irgendwie... Wovon hab ich jetzt Energie verloren? Ne rote Karte hab ich nicht, ne? Nein. Alter. Wie komm ich denn da hin zu denen? So, oh Gott. Leute, ich bin fertig mit den Nerven bei diesem Level hier. Echt jetzt mal. Meat Market. Kann ich hier was öffnen? Nein. Wann wo? Pass auf. Hier geht's ja nur durch. Da ist diese andere blöde Sau. Es reicht. So, jetzt mal hier Ruhe. Wenn ich hier lang laufe. Der gelbe Karte hab ich nicht gefunden, ne? Nein. Wo kann ich hier nicht rein? Wo schießt noch was? Wo schießt noch was? Hab ich irgendwas Feuer übersehen? Oh ne, ich bin noch mit der blauen Karte erst hier reingekommen. Äh, hier rein. Na, so viele sind's ja nicht mehr. Hab ich hier irgendwas vergessen? Vielleicht nochmal nachgucken. Auf jeden Fall fucking Munition. Und Energie. Die Ärmere hier gleich wieder klauen. Nein, das geht. Oh, wie der Volk. Schön. Gleich gesaved. Das ist echt heftig hier. Kann ich nicht von hier einfach auf dieses Duke-Zeichen schießen und dann ist auch gut. Express Checkout. Okay, aufschießen ist nicht. Das ist auch Blödsinn. Das ist ja hier Duke. Ich geh jetzt alles hier lang. Ja, ne. Das kann doch nicht sein. Irgendwo muss es doch hier jetzt weitergehen. Ach, die Gemüseabteilung, die war so gut. Wacht hier mit zwei Aliens. Oh, hab ich noch Energie verloren. Hat's was gebracht? Nein. Da kam der Fette her. Hier war der andere versteckt. Toll. Ich weiß nicht weiter. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Wenn ich jetzt wieder auf irgendwas schießen muss, damit es irgendwo aufgeht, weiß ich aber aus. Hier bin ich noch nicht lang gegangen. Ach Mensch, brauche ich gut. Endlich. Der schiebt... Oh. Diese Teile, ne? Diese Teile. F6. So. Hatten wir schon. Da stehe ich. Okay, alles klar. Es sind nicht mehr viele Gegner. Also die, die man sieht. Oh, auch nicht verkehrt. Okay. Okay, Feuer. Wieder speichern. Cool. Ich werde drauf gehen. Nein, er geht drauf. Cool. Sind jetzt die anderen Teile dafür aufgegangen? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Stopp mal. Wofür jetzt denn die gelbe Karte? Da hinten oben. Da muss ich wahrscheinlich gegenschießen. Die Frage ist nur, womit? Alter, ich brauche jetzt irgendwoher ein Magazin. Hep, hep. Hier war ja auch nichts mehr, ne? Halt mal, auf die Tür. Magazin. Kein Magazin. Scheiße. Kein Magazin. Sit, sit, sit. Hep. 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 Ob es hier unten noch irgendwas gibt, was ich nicht gesehen habe? Ist mir egal, dass du mich schlägst. Piss dich, blöde. Oh, scheiße, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, dann muss ich nochmal neu laden. Hä? Okay, cool. Alles geht auf. Müller in die Kasse. Okay. Das gibt's doch jetzt nicht hier. Das kann doch nicht wahr sein. Munition. Ich raste aus, Leute. Ich raste aus. Ich bin gerade nervlich am Ende. Ich nehme jetzt die Fischabend. Das bringt doch schon wieder nichts. Ah. Diese Mucke, ne? Ich raste aus. Äh. Oh. Ah. 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 Ach Mensch! Was habe ich anlockt? Ist richtig. Oh, ich kann hier aber wenigstens noch halbwegs latschen. Nein! Alter, diese Mucke. Ah, damit kann ich schon wieder vergessen. Äh, scheiße, was war es denn jetzt? Oh. Vielleicht beichere ich einfach hier. Scheißegal. Hm. Das war doof. Scheißegal. Hätte ich es mal gleich genommen. Ey, cool. Verdammte Axt. Langsam reicht's. Verdammt. Verdammt. Da rastet aus. Ah, cool. Hier bin ich. Was, was geht denn da oben? Hier ist auch noch irgendwo einer unterwegs, ne? So'n Dicker. Cool. Alter. Wie die Teile nerven, ne? Mh, cool. Da vorne gibt's auf jeden Fall immer noch Energie. Hüpp. 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 Ich weiß nicht weiter, Leute. Echt? Also ich komme ja immer ein Stück weiter. So ist es ja auch nicht, aber... Mal ganz ehrlich, das läuft doch hier nicht so, wie ein Level laufen sollte. Das läuft doch hier alles... Okay. Nee, ist er da noch nicht wahr? Okay, der ist weg. Der ist weg. Habe ich die rote Karte aus Versehen eingesammelt, ohne es mitzukriegen? Nein, habe ich nicht. Was war denn gerade mit der Mucke los? Hier, hört mal. Nee. Scheiße, ich laufe mir hier eine Grütze zusammen. Das geht ja mal gar nicht. Alter, sind die noch normal? Oh, nö, nö, nö. Noch nicht. Das ist doch hier nicht normal, was hier abgeht. Also, ich binологisch. Oh, nö, nö. Keine Ahnung! Ach, ach, ach! Ach! Ach, ach, ach! Ach, ach! Ach, ach! 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 Da war auch noch einer. Alter, und diese Munitionsknappheit geht mir auch langsam tierisch auf den Sack. Ich gehe jetzt noch mal. Na komm. Okay, dann haben wir noch. Ich gehe jetzt noch mal hier um ins Büro. Das hilft nichts. Das muss jetzt weg. Okay, irgendwo sind noch Gegner. Aber hier, was ist mit dem Tresor? Mit diesem Teil da. Ich habe keine Ahnung. Zurück zur Arbeit. Das war auch nicht richtig. Nur Energie. Scheiße. Alter, wie mir das langsam hier auf den Puffer geht. Alter. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Ey, das haben wir noch nicht ausprobiert. Also hier noch mal hin. Ach, nur ein... Okay. Das hilft aber schon ein bisschen. Okay. Komm, get down. Okay, aber das war immer noch nicht das Rätselslösung. Scheiße. Okay, logisch überlegen, Leute. Logisch überlegen. Fahren die alle wieder hoch? Das wäre ja keiner. Kann man nur gegen schießen. So. Das Problem ist, ich muss mich langsam auch beeilen. Weil ich gleich mit dem Pseudo, dem Halon und dem Ponne... Wird nie geschossen. Ähm... Ins Kino gehen. Und mit unseren Frauen. Das darf ich natürlich nicht vergessen. Und, äh, äh, äh... In zehn Minuten geht's los. Und jetzt muss ich bis dahin... Sagen wir mal. Was soll'n des? Muss ich den Tresor vielleicht knacken? Hm. Okay, das nicht. Scheiße, wir können das auch... Tja. Da ich jetzt überhaupt gar keine Ahnung hab' und leider auch echt los muss... Hm. Machen wir mal folgendes. Und... Ah, ich wollte mich hochjagen. Schade, es geht nicht. Nee, ich weiß echt nicht weiter. Und ich muss leider los. Deswegen mach' ich hier einen Cut und, äh, schalte dann das nächste Mal hier wieder rein. Haut rein. Oh, schluck auf. Genau. Sehr schön. Also bis dahin. So, meine Freunde. Heute, einen Tag später, werde ich jetzt nochmal, äh, wagen in diesem, ähm, Level hier. Ich konnte ja nicht weitermachen. Ähm. Ich hab' Gott sei Dank einen klitzekleinen Tipp gekriegt. Ich solle... Ruhig da hin, wo es diesen, äh, Dings gibt. Ah, den hab' ich ja komplett verreden. Ähm, ich soll in den Raum gehen, wo es, ähm, diesen Tresor gibt. Ah, die hätte ich noch nicht kaputt gemacht. Und hier oben. Da. Da öffnet sich was, wenn ich drauf drücke. Seht ihr das? Und dann hab' ich die rote Karte. Und das hab' ich die ganze Zeit nicht geschissen gekriegt. Scheiß, die Band, da hab' ich wenig Munition. F6 nochmal. Ah, natürlich hier hin. Yes. Achso, und es soll eine Möglichkeit geben, hier... ...einfach hinten drauf zu drücken. Oh. Dann explodieren die. Das wurde mir auch nochmal gesagt. Wie man sieht, funktionieren die ganzen Hinweise, die ich gekriegt hab'. Und ich rede nicht von dem Endgegner von, äh, äh, Son Goku. Zack. 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 Das ist überall Ausverkauf. Hm. Also dieses Level hier... ...ist mehr als beschissen. Was haben wir hier? Trishko. Scheiße, ich brauch doch mal... Was geht hier ab? Nichts. Hm. Ich bräuchte nochmal ein bisschen vernünftige Munition. Das kann's ja wohl nicht sein. Okay, das ist schon mal vernünftige Munition. Was ist das da hinten? Kann ich da drüber laufen? Okay. Ah, nee. Woher weiß ich denn, wann ich... Ah, okay. Da hinten kann man noch was kaputt machen. Alter. Alter. Wenn man sowas mal vorher wüsste, ne? Und damit war's das. Alte Scheiße, meine Freunde. Das war, äh... ...nicht möglich, weil ich nicht wusste, wie ich an die rote Karte kam. Äh, Gott sei Dank hat mir ein Kumpel das gesagt mit dem Tresor. Warten wir's mal ab, wie's im nächsten Level ist. Also haut rein und bis dahin. Ciao, ciao.